Solche freien Flächen entstehen, wenn in einem einstigen Neubaugebiet an einer Stelle mehrere Wohngebäude abgerissen werden. Dann kann es passieren, dass nur noch ein Spielplatz übrig bleibt. So geschehen in Schwarzenberg Sonnenleite mit dem Spielplatz am Hang. Doch dem Spielplatz bleibt das Schicksal der hier ehemals stehenden Blöcke erspart. Er hat eine Zukunft. Da viele Einwohner der Sonnenleite sich für den Spielplatz eingesetzt haben, hat die Stadt den Kinderspielplatz jetzt von der Schwarzenberger Wohnungsgesellschaft übernommen und will investieren. So soll der Platz mit neuen Spielgeräten aufgewertet werden. Die Rede ist von einer neuen Doppelschaukel, einem Karussell sowie einem Kleinkinderspielgerät.